ich erwarte nicht viel warte ich will da rein ich will hier rein das wäre eigentlich meine erlösung das wäre jetzt cool gewesen wenn da nun der wild hier wäre oh das brauche ich da ganz trägt mein kreiser hat cool down ja du weißt dass das eine scheiß situation ist für uns beide eigentlich kann mir kann ja nichts mehr passieren ja das ist doch schön wir sind seine glücklich glücklich bin ich bin einfach nur nicht kacke ich hoffe da kommt der boss jetzt hier natürlich nicht genau am ende wo wir nicht waren wahrscheinlich ohne pur die fly bringen wir aber nichts ich habe schon drei ob es jetzt das ist das decken kannst das wird zu heftig ich brauche anderes aber kommt es uns gut die werfen auch noch mit scheiße ich würde von irgendeiner kacke getroffen nein alle meine dings hinweg alle spätten freunde bp schackte büte als ob das der raum ist komm schon aber hier unten ist der boss ja die machst du mal kurz kaputt das war fertig fertig ich will ihn nicht gegen seinem gewicht ja wo ist denn der da ist er bist du komm mal so bombe ja das wird jetzt echt eklig das wird eklig ich hab halt kein damage ich versuche mein bestes bombe ihn solange er noch da ist auch nicht stehen bleiben ich hab nur orbitals die ein damage machen dann mach schnell machen die viel mehr damage ah mein bein juckt das ich weiß jetzt eigentlich nur noch krank oder schießt ja noch ja ja das ist mit dir los bruder die bischof die bischof die bischof ja komm das wird doch ein bisschen auch ein bisschen beliebten wann fliegt da hinter einem so hinterher vielleicht seit wir haben hart sind also auf das wir hatten so viel Oh, wir haben ihn gleich Lazarus Rex So wie bei Daisy halt Oh, guck mal, die ist nicht hier Das kennen wir schon, ne? Ja, ich weiß, ich glaub das kennen wir schon Gebt ihr das? Gebt ihr das? Gebt ihr das? Wir machen ein ASMR jetzt ab, glaube ich Gebt ihr das ASMR, wenn euer Spielgefährte einen in seinen Ohren slappt? Nicht? Ich kenn's Lazarus Rex Keine Ahnung, weil's freischaltet Na ja Oh 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 So, wir haben, äh, äh, der Bethany haben wir freischaltet Look of Virtues Willst du die jetzt auch spielen oder willst du die wirklich nur freischalten? Ich könnte die einmal spielen, um sie es zu zeigen Dann, äh, spiel die, ich geh weiter Wir haben nichts gedrückt Hey, Bethany, was ein Zufall Höh Du bist sie? Warte Nein Guck mal, jetzt drück ich die, äh, das Buch Krieg ein Herzchen Also ein Flämmchen Und das permanent Und ja, ich muss halt entweder aufladen oder mit Sehen Ah, sie schießen oder so Sie hinschießen, das ist auch mega geil Das ist echt stark Ja, ich weiß nicht wie viel Damage das macht Ja, aber ist mega Also das ist halt direkt so ein Item, was halt von Damage krass profitiert Ja Krieg zum Start Können die eigentlich ziemlich stark Ist jetzt noch nicht im Feuer Oh, oh, weg, weg Ah, die kann doch kaputt gehen die Flammen Ha Ja Oh, natürlich nicht Oh, Hamling Bundle Gutes Item Haben kein Geld mehr Was war das? Pickup Selfie 50% Scheinst du? Das ist der Hamling Bundle Hammelmann Mimimamu 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 Aber die machten jetzt auch kein Damage oder wie war das da? Was? Warum sind wir eigentlich im Hard? Komm scheiße Scheiße, schaltest du was mit Bethany frei? Ja, haben wir doch irgendeinen Charakter, den wir freischalten mussten? Den wir da gesehen haben Oder? Weiß ich nicht Das weiß ich wirklich nicht Ja, aber du hast ja hauptsächlich Bethany ausgewählt Das heißt, wenn wir hiermit einmal Marms Hard besiegen Sollte ja wieder irgendwas freigeschaltet sein Weil wir jetzt zum ersten Mal das Game beendet haben mit dem Charakter so, ne? Mhm Oh, Bombe Das ist ja Bombe, Mensch Was ist natürlich immer noch besser Kriegst du mal mehr Shot Speed Und? Und so Hier ist bei der Range kritisch Ja Ja Ein Herz hier, dass ich nicht irgendwie was ruhe Braust Ich weiß nicht, ob meine Flamm den abblocken Ich glaube ja, aber dann löschen die sich Ja, kann sein, dass sie das halt tanken dann Oh, der kann zwei rein laufen Nein, mein Herz ist weg Meine Flamme ist leider erlosch Meine Flamme ist weg Da haben wir schon was schon Ja, Frau Na du Ich lande da nicht rein Guck mal da hin Erstmal ganz normal Ja, aber Ah Und wie viele Herzen du hast? Soul Hearts Hast du viel Soul Heart, kriegst du eine Flamme? Könnte ich das Item aktivieren, meine ich Und dann konsumierst du das Soul Heart? Ja Ah Der Lipstick hat ja irgendwie was gebraucht Ich weiß Ja, ich hab die andere nicht Ich hab die andere nicht Unchaineden lassen Noch nicht rein Wobei Was ist denn hier los? Hier eine Versammlung Ja, hier die Versammlung Der Alkohol Der Alkohol Der Alkohol Der Alkohol Der Alkohol Der Alkohol Wie sicht'n jetzt aus? Ich sag'n wir geben dir mein Gott Oh 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 Nein Hey Muss mehr als 3 Das gilt aber nicht für Blackhards, ne? Ich hatte Fuhr, ne? Das wär Fuhr Das wär Fuhr So habe ich jetzt ein Blackheart verloren? Nur ein halbes, ne? Aber ich hatte irgendwie Stimmt ich bin ja behindert Ich kann nicht schießen Du kannst nicht hier schießen Ja, guck' mal wie ich schieß' Oh Gott, die spucken Kotzi. Oh, Wizard. Mir egal, ich fliege. Wenn wir mehr als zwei Links finden. Das sind meine Babys. Ich wachse mit dir noch. Und schießen durch? Ja, gut. Kannst du die Batterien? Das haben wir natürlich auch krass für dich. Oh, scheiße. Am besten einfach nur weg von dem und ich mach die auf Wrench. Wunderbar. Oh, die steht wunderbar. Das war echt eklig. Batterie. Battery. Ja, meine dritte. Mehr als drei. Ich mach keinen Goldraum. Nein. Goldraum. Kannst du, dass man mich nicht mehr so gut hört, wenn ich weiter weg sitze. Alles gut. Man hört den schon. Das war so weit hochgeschraubt jetzt und das passt schon. Keine Sorge. Alles gut. Ah, warte mal. Hummling Bundle. Das war letzte Ebene, ne? Scheiße. Ja, das ist hier schon weg. Ich würde deine 999 vollkriegen. Na gut. 1 Franken. Und jetzt. Ja, nichts. Na gut. Woman 2 F emoji. Modell Einigeres. 5 dicke 나올 Honinguss Machfer. ja du hast schon ein aktives item dass wir angreiflich hier werden zufrieden muss unbedingt an mehr aufladung oder soul herzen und batterie raum soul herzen oder im batterie raum wenn du machst nicht meine dinge kaputt im shop alles was irgendwie das ist die aktive item ring haben dass das nur drei charge ab brauchst und sowas klasse das wird göttlich wasch wasch was ist das das da bleibt das ist schon nicht genau das ist komplett in grad du hast schießt es aus dem mund laszorex wenn dad revives ist lazarus risen tainted lazarus sind revives als das für mich ist das egal für dich wäre das gut weil du dann active item ja immer noch dann hast aber ich hab mal in den laser dann nicht mehr wenn ich wie weise als lager aus oder ganz normal ganz normal unterwegs erst mal so habe ich immer einen kleinen kopf habe ja hast du auch du hast den wasser kopf du hast den wasser kampf jetzt aber mache ich nicht mit früh mache ich okay glück gehabt ist nice das ist nicer wupp dich wupp dich frucht wo kommt der wurme direkt ausgeschaltet hier kommen wir haben vier waren bewahren lieber wuff dreckiges wo mänliches auch nein das ist das maligen maligen inside mangen ja die ich glaube ab und zu kriegst fliegen oder irgendwie sowas mit dem fly heißt das natürlich noch cool auch noch ab also noch ob er sogar noch ab und zu noch weg oder noch mal ab also ja so die noch weg was richtig locker und sein item ja aber mache ich ist dein schweiß lacht da ist ja egal nur spuckt es die menschen schon heißt jetzt ist das so für ein raum alter die mal in das du nennst den gleich mal was kann halt immer gut sein im shop weiter an das ist das halt so ein aktiv discount was das für ein ekelhafter raum nachlagen und ich brauche ein bisschen shot speed aber jetzt fünf von dem kummer das ist auch richtig ehrenlos irgendwie fliegen weil mir nicht warum das mal weg in der mitte ja wir können ja noch achten ja ja das ist und und dann und die also die ich will ja auf dieses item hoffen das noch geld zusammen kratzen ja und das ist natürlich lucky gewesen und könnte auch neu sein ist aber nicht Auch nö. Was ist denn das jetzt? Nichts getroppt. Cool. Du hast 6. Auch für die ist natürlich gut. Oh, erstmal sprengen. Ja, wow. Das ist natürlich gar nichts. In dieser Ebene kriegst du keine einzige Münze. Und weil wir die eben alle in diesen Spenderautomaten geworfen haben, ist er jetzt arm dran. Ja, wir haben gut gespendet. Aber wir wollen deine 999 voll kriegen. Umgedreht mit 666. Aber wir wollen auch 3 Milliarden Flammen haben. Ja. Das ist... Leute, nicht er. Einer fehlt. Leute, nicht er. Ich verarschen, weil ich halt gerade... Ich dann gönnt er sich das. Ach, der irgendein BAM. Fucking GAPI oder wie heißt der? BAM. LIL BAM. Wir haben hier noch ne Hoffnung. Oh. So, jetzt geht los. War sehr gut, das Item hier. Lackab. Lackab. Einer von euch braucht noch ne Münze. Und wenn, dann gleich auch so ne... Oh, buh. Das ist richtig. Ja. Ey. Diese dreckige Münze. Gut. Wir haben jetzt wirklich alles gekleert, was wir klären können. Wir könnten natürlich noch den letzten Raum suchen. Im letzten Secret da rum, aber ne. Wir spenden die Münzen. Wir spenden da gar nix. Du kaufst jetzt dieses Item. Und das wird jetzt deinen einen Slot wegnehmen von deinem. Ja gut, vielleicht auch nicht. Wo ist mein Active Item? Äh. Hast du zwei? Kannst du switchen? Das soll ich nicht. Ich weiß nicht, wie man es switcht. Ist das einfach... Was schwebt da um dich rum? Ist das vielleicht... Weil das Ding ist jetzt blau, ne? Deine... Diese Card Ding. Das ist... Das hat damit... Ja, aber kann das vielleicht sein, dass du generell die Fähigkeit hast, mit Soul Hearts das Ding zu nehmen. Und ein bisschen wie bei diesem Void Ding. Wenn du jetzt das... Ja, komm. Wenn du jetzt mal auf meine Punkte guckst, da ist immer ein so... Ja, und die blaue kleine Card Flamme macht das auch, ne? Jetzt habe ich statt 4-6 aufladung. Stones. Stones. Perfekt. Ähm. Du musst auch meine Investmententscheidung auch immer hören. Ja. Also meine Entscheidung, die noch meine Ratschläge, ne? Da hab ich seit wann es regiert, das so komisch. Ich weiß nicht, hab noch nie mehr für die Spiel. Ich hab noch nicht so weit gekommen in dem Game. Würde dein Item. Ja. Ja. Mhm. Wenn du bammelst, hab ich den Arsch brauchen. Oder auch ein bisschen Damage ab, ne? Höh. Oder du machst. Schau, 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 schau. Schau, schau, schau. Schau, schau. Schau, schau. Schau, schau. Schau, schau. Schau, schau. Ich kann auch nicht eine von meinen Linkshersen. Ich weiß es nicht. Doch, da ist immer eine rote Träne manchmal dabei. Ja, das ist immer eine Originale. Ne. Die ist der in der Markte. Der Markt. Gegner. Die hättest du vorher nicht. Scheiße hier. Scheiße hier. Du kannst mal aufladung 19 münzen irgendwie auch die ganze seelen herz ist mir ich gerade erste ganze seelen herz nutzen und für eine aufladung dauert nur setzen sehen jetzt genutzt dafür ist jetzt ein bisschen stärker irgendwas geworden du hast etwas in katholik justice jetzt kriegst du halt beides fertig geworden war mal wieso siehst du wieder bekifft aus sagen wir dir gesagt unbedingt diesen wir können das gleich zu ende spenden noch vier münzen nicht mal die distanz irgendwas was macht mich ja leer gespendet das ist der alkohol ich muss auch schon nicht in die nase läuft das kommt auf dem akku rein wir machen jetzt sein automaten voll der guckmasse ist ein aktives kill wo was machen wir nicht hier mal später gehen wir nur herzen raus vielleicht gegen wir als sieg betrunken der nur schwarze was gibt es auch wieder eine blamme gelöscht karten so das ist ganz komisch gegen 26 können wir eben das ding voll machen das bleibt jetzt bei peng stopwatch wenn du jetzt noch eine münze macht geht der konto auf 0 und du kriegst das spiel geld los wollen wir nicht wollen wir nicht aber wenn er auf 1 geht wird dann auch direkt gelockt oder kann ich ihn da wieder rein werfen der explodiert das heißt erst beim nächsten rund ja aber du könntest deinen bumpfriend max füttern dein mal zu warte 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 slot machine ne nicht so jetzt habe ich vier karten emergency contact nimm du mal labers mit ich habe jetzt laberst du hast das andere warte warte ja also ich würde den shop ich werde erstmal die nächste ebene abwarten für den shop und gucken ob da irgendwie krass was teures drin ist dann kann man es ja gleich kaufen ja sonst ist man nicht irgendwie nutze ich das nicht benutzen das ist ein boss der ist für mich muss deutschen sonst ist mein ding zum arsch der hat jetzt schon wieder was gelöscht vier, ne sechs, fünf vier, drei, zwei, fünf, sieben losen futter lasst da rein ja aber vielleicht nichts nehmen wir haben doch gute angel herum ja ja doch damit haben wir garantiert ja klar dann wir haben ein gutes Wasserherz oh oh Gott man ich werde das nicht durchlesen aber so man hör auf rum zu gehen dann ist die ganze stadt da oben unten da weißt wenn ich der hauptnieder bin dann kann ich halt da stehen bleiben und lesen und lesen wenn du dich bewegst eating other bad pills drops the black heart is dead down for the damage also es ist halt immer damage ab was für mich halt geil ist dann nehme ich es natürlich mit hey hör auf das ist aber voll die ärzen und alles machst du denn ja ich gehe jetzt nicht die ebene das mal